Dieser wunderschöne Fortunio Custom Titanium könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Hinten finden bequem sechs Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Tourneo Custom schützt Sie rundum mit ESP, ABS, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage vorn und hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein Navigationsgerät und eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken 8-Sitzer Ford Tourneo Custom Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh gut, dass Sie schon anrufen. Ja. Ho tänker wirklich. Ja. Da ist nichtیا. Okay, sehr ergides pressure machen auf Sie. Obwohl healthierOLsutaten. business autismora. Untertitelung des ZDF, 2020